»Na gut, wir machen einen kurzen Halt«, entschied er. Bei dieser Nachricht jubilierten Lillits Muskeln und feierten ein Freudenfest, als sie endlich von ihrem Kenia absteigen konnte. Ausgelaugt vom Ritt und der Macht ihres Juwels sank sie anstandslos in den Sand. Unfähig, sich zu rühren, streckte sie alle Gliedmaßen von sich und blickte zu den funkelnden Sternen hinauf. Im Hintergrund hörte sie das Rascheln von Zellplanen und das Blöken der Kenias. Beinahe wäre sie eingeschlummert, wenn sie nicht durch Bajas Gezeter wieder geweckt worden wäre. »Ach Mann, mein Hintern tut mir weh, der ist total platt gesessen. Ehrlich, Bahn, so macht das Reisen keinen Spaß.« »Hör auf zu nörgeln, du wolltest schließlich mit«, erscholl Skatz ärgerliche Stimme gleich darauf. Lillits setzte sie mich mit einem Seufzen auf. Wenn man mit diesem Geschwisterpaar unterwegs war, war Ruhe wirklich ein Luxusgut. Der Einzige, der amüsiert den Streit zwischen Baja und Skat verfolgte, war Bahn. Er lächelte breit von einem Ohr zum anderen, während er schweigend die Verankerungen der Zelte befestigte. Fröhlichkeit stand ihm eindeutig besser zu Gesicht als dieser verhärmte und spröde Ausdruck, den er sonst wie eine Maske trug. »Halt du nicht da raus!«, kreischte es unvorhergesehen neben Lillits Ohren, und Baja stapfte wütend an ihr vorbei. In Lillits Ohren schrillte es, und sie schloss stöhnt wieder ihre Augen. Doch als es plötzlich still um sie herum wurde, blinzelte sie wieder unter ihren Lidern hervor, um herauszufinden, warum ihr auf einmal diese Ruhe vergönnt war. Alle Krieger standen in einer Reihe und starrten in die gleiche Richtung wie der Steinlose. Schlagartig fiel die Müdigkeit von Lillit ab, und sie sprang auf. Sie wollte auch sehen, was die Krieger so beunruhigte. Durch den Morgenhimmel brachen die ersten Sonnenstrahlen und beleuchteten einen entfernten Reiter, der jedoch rasant näher kam. »Hanak«, flüsterte Bahn, »er hat mich gefunden.« »Hanak«, Baja fuhr herum, und ihre Augen weiteten sich. »Der Hanak«. »Bahn, der sein Lächeln eingebüßt und wieder seine undurchdringliche Maske aufgesetzt hatte, beantwortete sehr leise Bajas Frage. »Ja, der Hanak«. Die Kriegerin griff entschlossen zu ihrem Schwert, und selbst ihr Bruder, der sonst immer das Gegenteil von dem tat, was sie machte, zog seine Waffe. Einzig und allein Asra blieb völlig unberührt stehen. Lillit räusperte sich. »Ähm, wer ist denn der Hanak?« Sie kam sich reichlich dumm vor, das zu fragen, wo doch alle anderen anscheinend Bescheid wussten. »Ein Sucher«, sagte Bahn knapp und deutlich. Lillit legte ihre Fingerspitzen auf ihre Juwel und lauschte in die Nacht hinein, und plötzlich begriff sie die Furcht der Krieger. Denn dem Reiter eilte eine rabenschwarze Aura voraus, die nichts Gutes verhieß. »Soll er doch kommen«, knurrte Baja und trat beschützend vor Bahn. Die Kriegerin war in ihrem Temperament wirklich nicht zu unterschätzen. Selbst Bahn konnte sie kaum davon abbringen, sich wie ein lebendes Schutzschild vor ihm aufzubauen. Mit sanfter Gewalt drängte er sie zurück und drückte ihre Schwerthand nieder. »Mit dem Anführer der Sucher werden wir keinen Kampf beginnen, solange es nicht nötig ist. Außerdem kommt er allein, was äußerst selten für ein Sucher ist. Wir sollten erst hören, was er will. Also laßt alle eure Waffen sinken.« Sagte er in einem Tonfall, der keinen Widerspruch zuldete. Die junge Kriegerin stieß ein verächtliches Zwischen aus, trat aber einen Schritt zurück und ließ ihr Schwert in die Hülle gleiten. Bahn sah nun auffordernd zu Skatt hin, der ebenfalls, wenn auch äußerst widerwillig, sein Schwert wegsteckte. »Wenn er dich angreift,« sagte Bayer missmutig, »werde ich trotzdem gegen ihn kämpfen, egal wer er ist.« Bahnsteem rief ihn ab. »Kämpfen?« »Nur meint sterben, oder wie willst du es nennen, wenn du dich gegen ein schwarzes Juwel stellst?« Wieder ertönte nur ein abfälliges Schnauben als Antwort, und Bahn drehte sich resigniert ab und zu Lilith hin. »Wie du gehört hast, ist er der Anführer der Sucher, also versteck dich im Zelt und schirm dein Juwel ab. Denn glaub mir, Hanak ist kein Mann, dem du begegnen möchtest.« Lilith wurde schwindelig. »Der Anführer der Sucher?« Ein Stechen breitete sich in ihrem Brustkorb aus, als sie zum Zelt eilte. Aus den Augenwinkeln nahm sie Bayers Grimasse wahr. Ihrer Mimik nachzuurteilen hätte sie nichts dagegen gehabt, wenn Lilith dem Sucher zum Opfer gefallen wäre. Sie schlug die Plane zurück und ging in das Zelt hinein. Sie ließ nur einen kleinen Spalt offen, damit sie das Geschehen weiterhin verfolgen konnte. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ein großer blonder Mann ihre Raststätte. Seine grauen Augen stachen mitleidslos aus seinem kantigen Gesicht hervor. Er trug die dunkelblaue Uniform und das Cape der Sucher. Nur war seine Raubkatze blutrot, die Farbe der Elite. Lilith schluckte, als sie das Rote im Leben auf dem Mantel deutlich erkennen konnte, und umklammerte ihren Stein fester, in der Hoffnung, er möge sie nicht verraten. Der Sucher schwang sich von seinem Kenia und baute sie vor den anderen Kriegern auf. Sein Juwel funkelte in einem so tiefen Schwarz, dass es regelrecht unnatürlich wirkte. Der Stein schien alle Farben in seiner Gegenwart zu absorbieren und sich einzuverleiben. Die Baritonstimme des Suchers heilte über die Ebene. »Habe ich dich also gefunden, du Bastard?« Bahn spuckte vor dem Sucher aus. »Scheint so?« »Du bist von den Suchern desertiert,« bemerkte der Mann mit dem rabenschwarzen Juwel und ging mit einem abschätzenden Blick an Skat, Asra und Bayer vorbei. »Und deine Kameraden haben unbefugterweise die Tracht der Sucher getragen, worauf die Todesstrafe steht.« Ein arrogantes Lächeln umspielte seine Mundwinkeln, als er sich schließlich der Fee näherte. »Sieh an, das Hexenweib begleitet dich also immer noch.« Er packte ihr Kinn und quetschte das Fleisch an ihren Wangen zusammen. »Ich trau dir nicht, du kleines Miststück.« Bahns Hand legte sich auf Hanaks Unterarm und drückte ihn herunter, sodass der Sucher die Fee loslassen musste. »Was willst du, Hanak?« »Was ich will?« war die herablassende Gegenfrage des Suchers. »Weißt du das denn nicht, mein Freund?« »Du sollst zu uns zurückkommen. Dafür verschone ich das Leben deiner Kameraden. Außer das Leben der Vieh. Sie ist keine Diamantanerin und hat damit keine Gnade von einem Sucher zu erwarten.« Lilith Juwel jammerte auf, da sie es buchstäblich zwischen ihren Handflächen zusammendrückte. Ihr war bei dem Gedanken ganz schlecht geworden, dass der steinlose Krieger nicht nur ein Sucher, sondern ein Elite-Sucher sein sollte. Diese Art von Diamantanern war an Grausamkeit kaum zu überbieten. »Wie entscheidest du dich?«, wollte Hanak ungeduldig wissen. Bahns Kiefer malten und Lilith war sich sicher, dass er gleich explodieren und dem Sucher an die Kehle springen würde, egal was für Folgen es für ihn und seine anderen Krieger haben würde. Aber es war nicht der Steinlose, der den ersten Schritt machte, sondern Barja. Ohne Vorwarnung zog sie ihr Schwert und preschte nach vorne. Der Sucher begegnete dem Zorn der Kriegerin mit einem gewissen Humor. Er verneigte sich höflich vor ihr und deutete einen Kuss an. »Ganz entzückt, kleines Mädchen. Aber kannst du mit dem Ding da in deiner Hand überhaupt umgehen?« Das Grollen aus Barjas Kiefer ließ keinen Zweifel daran, dass sie seinen Humor nicht teilte. Sie stieß die Schwertspitze nach vorne und Hanak musste einen Ausfallschritt machen, um nicht getroffen zu werden. Jetzt war auch sein Lächeln verschwunden. »Okay, wie du willst. Ich sehe schon, wir kämpfen hier Mann gegen Mann.« »Ganz recht«, fauchte Barja. »Nur weil ich Brüste habe, brauchst du dich nicht zurückzunehmen. Ich werde dein...« Weiter kam sie nicht, denn Bahn hatte seine Hand auf ihren Mund gelegt und ihren Kopf zu sich herangezogen. Geflissentlich ignorierte er ihr ersticktes Fauchen, als er ihr Gesicht gegen seine Brust presste, während der Hanak eindringlich ansah. »Hör mir zu. Ich komme mit. Sobald ich etwas erledigt habe, kehre ich zu den Suchern zurück. Aber jetzt gibt es Wichtigeres zu tun.« »Es gibt nichts Wichtigeres als die Sucher.« Bands Kindpartie begann wieder zu zittern, und Lid konnte förmlich das Knirschen seiner Zähne hören. Und plötzlich... Völlig unerwartet streifte sie die Aura eines blutgedrängten Juwels, das Hanaks Stein an Bösartigkeit und Erbarmungslosigkeit übertraf. Verwirrt starrte Lid zu Bahn, aber falls die Aura zu ihm gehört hatte, war sie wieder verschwunden, denn sie konnte nichts mehr fühlen, außer der bekannten Auren der anderen Steine. Bahn hingegen war wie immer Stein- und Aura los. Zurück blieb nur ein mulmiges Gefühl der Unsicherheit, etwas gespürt zu haben, was sehr, sehr grausam war. Ihr eigener Stein, der ebenfalls den Geruch von Blut und Leid gewittert haben musste, zischte auf und weiße Funken stoben durch das Zelt. Hanna grunzelte überrascht seine Stirn. Was war das? wollte er misstrauisch wissen und ging zu dem Zelt, in dem sie sich verborgen hielt. Lillet wurde blass. Sie drängte sich in die hinterste Zeltecke, was völlig unsinnig war, da sich nirgends die Möglichkeit eines Verstecks bot. Hier war sie ihm hilflos ausgeliefert. Mit raschen Schritten war er beim Zelt und trat ein. Er musterte sie interessiert. Seine grauen Augen durchdrangen sie und blieben an ihrem pastellfarbenen Diamanten hängen. »Willst du mir deine neue Begleitung nicht vorstellen?« fragte er zur Bahn Gewand, der inzwischen auch beim Zelt angekommen war. »Sie ist nur ein Sklavenmädchen, was ich mir gekauft habe. Sie ist nicht viel wert, aber recht nützlich.« antwortete Bahn bemüht gelassen. »Bei den sieben Schwertern,« dachte Lillet, »er war ein genauso schlechter Lügner wie sie.« Hanak, wohl der gleichen Meinung, grauste seine Stirn, bis sie völlig zerknautscht aussah. »Hältst du mich für so blöd, dass ich dir diesen Unsinn abkaufe? Sie ist ein Dämonenmädchen und sie trägt einen Stein. Und du willst mir erzählen, dass du sie wegen ihres praktischen Nutzens gekauft hast?« Er schüttelte despektierlich über Bahns Lüge seinen Kopf und streckte seine Hand nach Lillet aus. »Komm näher, Mädchen. Lass dich ansehen.« Mit einem flauen Gefühl in der Magengegend tapste sie auf den düsteren Krieger zu. Kaum war sie bei ihm angekommen, guggelte sein Juwel auf und Lillets Stein reagierte mit einem langgezogenen Zischen. Verblüfft wich der Sucher zurück, aber es war zu spät. Sein erstauntes Aufrufen ging in einem dumpfen Knall unter. Ein Sturm aus weißen und schwarzen Lichtern erhob sich und fegte heulend durch das Zelt. Nur noch am Rande nahm Lillet wahr, wie Bahn sich zu Hanak vorkämpfte und ihm aus dem Zelt schleifte. Sie ging in die Knie und ihr Körper zuckte, während ihr Juwel seine Farbe von Pastell über Dunkelgrau hin zu Rabenschwarz wechselte. Dunkelheit umhüllte ihre Sinne und erst nach einer Weile fand sie zurück in die Gegenwart. Orientierungslos drehte sie ihren Kopf nach allen Seiten. Bahn und Fane saßen neben ihr. Ächzend versuchte sie sich aufzurichten. Was ist passiert? Bahn tippte auf die Gläser an der Oberfläche ihres Steins. Schau deinen Diamanten an, dann weißt du es. Zitternd umfasste sie ihren Stein und hielt ihn wie ein fremdartiges Wesen in ihren Händen. Er funkelte in allen Farben. Das anfängliche Dunkelgrau hatte sich in ein helleres, strahlenderes Pastell zurückverwandelt. Ein Sterndiamant? Mehr brachte sie nicht heraus. Zutiefst saß der Schock über die plötzliche Veränderung ihres Juwels. Bahn presste seine Handflächen gegeneinander. Ja, er ist nun ein Sterndiamant und hat damit eine höhere Stufe erreicht. Baya schob Bahn aus ihrem Sichtfeld. Lilith hatte gar nicht bemerkt, wie die Kriegerin eingetreten war. Wie ist das möglich? Wollte sie fasziniert wissen und ließ sich neben Bahn in die Hocke sinken. Steine der Unwissenheit bleiben doch ihrem Geburtsstatus treu. Asra drängte sich nun ebenfalls ins Zelt hinein. Weil er ein Diamant der Prophezeiung ist, sagte er. Bahn hob missmutig seinen Kopf zur Asra hin, während Baya ihre Hände zu Fäusten ballte. Bahn, sagte sie leise. Wenn sie das Mädchen sein sollte, das den Diamantanern und dem schwarzen Prinzen in Untergang bringen wird, werde ich sie töten. Über Bahns Lippen kam kein Wort des Widerspruchs. Lilith seufzte tief auf. Sie wusste nicht, warum sie erwartet hatte, dass er darauf mit Ablehnung reagieren würde. Nur weil sie beide eine gewisse Anlasseitigkeit besaßen, hieß das eben noch lange nicht, dass sie keine Feinde waren. Er war schließlich ein Sucher und sie eine Rev.